gesagt getan geräteverbindung etablieren ich bin schon im anflug oder am flug vielleicht nicht ich rutsche da schon hin das ist nämlich hier unten und ich bin gespannt ob wir jetzt wieder so ein relikt irgendwie klar machen müssen mit einem rätsel sehr coole geschichte bis jetzt muss ich echt sagen gefällt mir gut so zack zack ich rutsche da einmal ganz kurz drüber erzählen wir schon geräteverbindung haben wir etabliert das ist schon mal nice und jetzt gucke ich wo muss ich betritt die hauptkammer von shufflesheims okay das ist natürlich prinzipiell ist es kein problem aber ich weiß jetzt schon da wird gleich wieder die luci abgehen und ihr seht schon da wird geballert und geballert ich warte mal einen moment und lute so ein bisschen hier kann ich euch auch echt nur empfehlen also ich habe jetzt nicht mal nur nicht meine waffe also ganz blanco solltet ihr da nicht reinlaufen war das einfach super viel los die aufgaben sind natürlich jetzt alle dort die da abstarten das ist natürlich klar da wollen alle die aufgaben machen plus da ist ja sowieso mal relativ viel los weil die leute den ort cool finden was er ja auch ist so laufen wir da mal hin und gucken ich habe immer noch keine wache bei so aber ich will auch keine zeit verschwenden betritt die hauptkammer let's go ja wenn es nicht klappt muss ich noch mal abspringen ist dann halt so aber ich probiere es einfach mal auf heimlich mich da rein zu schleichen vorbei an den ganzen schießwütigen hier jetzt laufe ich natürlich oben auf die markierung ist klar halt das macht jetzt eigentlich keinen sinn den greife ich mir normal ich müsste eigentlich da hinten hin um wieder reinzukommen oder gab es hier unten auch ein wenig da da ist da ist doch wieder der kollegen unterwegs kann ich hier rein und da rein tauchen oder so leider auch nicht schade das wäre noch mal cool dass das sowas hasse ich bei vorne das ist auch bei einem steg so herr gott okay ich glaube ich bin hier gefangen alter jetzt habe ich es geschafft gott das kriegt da kriege ich die echten hass drauf so let's go genau jetzt müssen wir nur noch den eingang wieder finden müssen einfach dafür gab es hier unten nicht auch einen eingang meine güte er macht es aber auch kompliziert komm hier mach hier nein auch nicht komm schon okay der ist krass der typ ich muss gleich noch mal neu los ergibt halt nicht auf das ist das ding ganz ehrlich das hat er auch verdient ehrlich ich hätte ihm nichts getan jetzt müsste ich hier dieses rätsel noch mal lösen okay dann muss ich noch mal ganz kurz weiß ich nicht mehr auswendig wie das war muss ich mal ganz kurz gucken und öffne ganz kurz die hauptkammer also bis gleich so hauptkammer geöffnet das ding öffnet sich übrigens bei the way falls ihr es braucht so sehen die symbole jetzt hier aus aber ich glaube das kennt ihr alle schon und jetzt müssen wir gucken jetzt löst es okay leute es löst die feiern aus so auf geht's in die hauptkammer du musst hier durchdüsen sonst erwischen dich die fallen und ich habe es gerade so geschafft hier seht ihr schon in diesem einem raum haben wir wieder den relikt später das sieht richtig richtig cool aus wie ich finde und jetzt sollen wir das ganze natürlich das kennt ihr schon von den anderen aufgaben das war's das war's endlich leute endlich geschafft also der fehler den ich gemacht habe macht den selber nicht weil ihr könnt natürlich schnell durchlaufen ich habe es langsam probiert dann lösen die fallen auf bist du tot ja sorry dafür aber ansonsten ist es das dann schon gewesen hier musst du dieses letzte relikt dann abliefern also verbinde die reliktkammer die relikt später in der hauptkammer so sieht das ganze aus und damit haben wir die gute vibes nummer fünf geschafft das ist einfach auch schon alles ich kann jetzt hier gerne noch mal irgendwie zurücklaufen aber ich glaube ich knall jetzt hier kein ab weil hier haben alle ihre themen irgendwie aber ja jetzt scheint es relativ okay zu sein guckt mal wenn ihr langsam seid dann sterbt ihr auf jeden fall ne also ich kann euch das auch gerne noch mal markieren relativ weit oben im baum lauft ihr einfach hoch wenn ihr diese ganzen dreh dinger gelöst habt hier würde ich einfach ausprobieren was ist das richtige und mir jetzt nicht so eine riesen mühe machen oder ihr wartet einfach bis jemand das für euch löst und dann kommt ja auch rein also das zu diesen tollen aufgaben gute vibes level fünf oder woche fünf oder nummer fünf könnt ihr sehen wie ihr wollt gar nicht so einfach zum teil gewesen ich wünsche euch trotzdem viel spaß dabei macht's gut ciao